Willkommen im Neupunkt-Zentrum, wo moderne Technologie auf die Verlangenheit drückt. Begleiten Sie uns auf eine Aufhängende Reise. Der Trizall-Tops kann sich gegen die größte Jäger behaupten, wird sich übersetzt bei Fressen zurückgekommen. Der Trizall-Tops ist halb so unter der Erde eine Stunde saß einer Sprengkraft von 100 Jahren. Der Trizall-Tops ist halb so unter der Erde eine Stunde saß einer Sprengkraft von 100 Jahren. Der Trizall-Tops ist halb so unter der Erde eine Stunde saß einer Sprengkraft. Zytosin, Huanin, Adenin und Thymin. Das steckt in allem, was sie gelebt hat. Hey, nicht einfach abhauen, ja? Ich bin nicht dein Babysitter, kapiert? Okay! Schnell! Ausmachen! Ausmachen! Entschuldige! Warum hast du es überrascht? Du hast auch was passiert! Wir gehen wieder los! Säk bab sie Vertra both für seine Stutysstein fl führen! Was passiert? Was passiert? Ausmachen! Das war's. Oh, Gott. Zu Haus? Du hast recht. Das ist E.T.'s Zu Haus. Das ist E.T.'s Zu Haus telefonieren. E.T. nach Haus telefonieren. E.T. nach Haus telefonieren. E.T. nach Haus telefonieren. Er will irgendjemand anrufen. Was soll die Scheiße? E.T. nach Haus telefonieren. Ich werd verrückt. Der redet ja. Nach Haus. E.T. nach Haus telefonieren? E.T. nach Haus telefonieren. E.T. nach Haus laufen. Und dann kommen sie? Telefonieren. Nach Haus. Nach Haus. Sie ist ruhig gestellt. Okay, 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 ich hab sie. Komm her. Ja, gut. Alles in Ordnung? Exzellent! Komm her! Du musst das machen. Ich kann nicht. Ich... Die Haut ist zu dick. Ich brauch beide Hände, um die Vena abzudrücken. Du musst das machen. Ich... Ich komm nicht... Ich komm da nicht rein. Dann wirst du wohl da raufklettern müssen. Oh, ich werd nicht... Nein, nein, raufklettern ist weg. Du schaffst das. Das ist wie Bullenreiten. Was? Bullenreiten? Ich bin doch kein Cowgirl. Was denkst du denn von mir? Noch schläft sie, aber ich kann nicht garantieren, dass sie es in einer Minute auch noch tut. Also rauf mit dir. Oh mein Gott, stinkt die. Grundgütiger. Gut gemacht. Das sieht bei dir völlig normal aus. Ramm die Nadel richtig rein. Sie hat extrem dicke Haut. Fertig? Okay. Eins, zwei, los! Das funktioniert. Die Tür da ist offen. Ich mach das. Wie geht der Stäbe? Wie geht der Stäbe? Ohne! Ohne! Ich fester durch! Wie geht der Stäbe? Was ist das? Oh, oh, oh. Geh! 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 Komm her, du Schwein! Komm her! Ich hang dich mit den Dingen in die Luft! Du sollst explodieren, du Teufel! Du sollst explodieren! Was zur Hölle, du Schwa... Was zur Hölle, du Schwa...